Das ist auch ein vier-schneidiger Kugelfresser. Da sind aber nur zwei Schneiden auf die Mitte geschnitten. Bei unserem Werkzeug sind alle Vierschneiden in die Mitte geschnitten. Durchsicht sieht man das jetzt nicht so ganz gut. Dadurch kann ich schon höhere Schnittgeschwindigkeiten fahren und habe auch eine Schnitt im Z. Was natürlich immer ein Vorteil ist, wenn man eine 5-Achse-Maschine hat, das Werkzeug in dem Sinne anzustellen, umso besser das Schneiden zu halten. Ja, berufweise haben wir vier Schneiden zum Schmuck vorstichen und umstichen.